Wasserzeichen einfügen Wasserzeichen sind traditionell schwächere Hintergrundbilder oder Texte auf Papier. In Word lassen sich damit Dokumente kennzeichnen, zum Beispiel als Kopie, Original, Vertraulich und so weiter. Um ein Wasserzeichen in den Hintergrund einzufügen, wählen Sie aus dem Registerseitenlayout den Befehl Wasserzeichen. Hier stehen Ihnen bereits Vorlagen zur Verfügung, zum Beispiel EILT oder SFWM, was für so früh wie möglich steht. Um ein eigenes Wasserzeichen zu entwerfen, klicken Sie auf Benutzerdefiniertes Wasserzeichen. Sie können Bilder oder eigene Texte als Wasserzeichen verwenden. Wenn Sie sich für Text entscheiden, können Sie im Dropdown-Feld Textvorgaben übernehmen oder einen eigenen Text schreiben. Auch die Größe, Farbe und Richtung lässt sich bestimmen, bevor Sie es mit OK übernehmen. Das Wasserzeichen erscheint auch am Ausdruck. Um es besser zu erkennen, wechseln Sie zur Seitenansicht, indem Sie Datei Drucken wählen. In dieser Ansicht ist das Wasserzeichen zu erkennen. Genauso wird es auch mit ausgedruckt. Um es zu entfernen, wählen Sie Wasserzeichen, Wasserzeichen entfernen. Das Wasserzeichen, Wasserzeichen, Wasserzeichen entfernen. Und das Wasserzeichen, 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 Wasserzeichen. Und das Wasserzeichen, 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 Wasserzeichen. Vielen Dank.